Ah, Blitzcrank ist doch ne coole Sache Kann ich machen Horus Mal Karma Überleg grad Erstmal Esreal Nee, Esreal bin ich nicht so gut mit Dann gehen wir natürlich schwer Jinn oder Kate Ja, Jinn Ja, genau Aber ich wollte es nur auf Power Rangers umbenennen Wir haben so viel AP bis jetzt Ja Wann dort ein Liblong? Ähm Galio? Was hab ich denn für SS Also Ich glaub Malser müsste auch gehen Ja Ich kasse die Kannst du Galio? Kann Galio nicht soo Ich bin besser Oder Wladimir Wladimir könnte ich ja Oder Brand Nämlich geistessig das Dann hast du schon mal drei Leute die kein Damage an dir machen Ich hab noch kurz gewechselt Ich hab noch kurz gewechselt In Liblong spiel ich lieber was, womit ich immer safe bin Achso Och War ne ekelhafte Scheiße immer Ja Okay, das äh Nimm wieder genau Das war besser Ah stopp Verdammt Wenn ihr Lucian zerstört, dann haben wir überhaupt gar kein AD-Damage Ja, wenn Hehehehe 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 Ach ich hasse Poppy Die ist so unfassbar ekelhaft Macht so viel Grund-Damage wenn sie Full-Tank geht Ich bin wieder da Ich komm Level 2, Wad lasst die pushen Ich komm Level 2, Wad lasst die pushen Ich komm Level 2, Wad lasst die pushen Ich komm Level 3, Wad lasst die pushen und jeg komm seit dem Ich komm少 dich Däuner Ich komm Leute Und dann Krings Von DPA DPA Och Wir sind Wir sind Untertitel Ich finde, dass alle Svitlamesen sind, haben wir verloren. Was soll ich denn mit dem Link machen, wenn du da gespielt hast? Habt ihr schon deren MMR gesehen? Die sind deutlich über uns. Ja. 2-9 und 2-2 Blatting. Oh man, ich hab gerade mein Spiel gespielt. Elise wird sehr früh die Mitte ganken. Wahrscheinlich auch Level 2 oder 3. Hast du das? Hat er geflasht? Ja, er hat geflasht. Aber Mario hat auch geflasht, deswegen wird Elise mit der Kempten... Alles gut, gleich wieder ab. Tatsächlich. Minions have spawned. Ich war gerade auf dieser Webseite da. Lass mich kritten. Oh man, die Cresher hat geflasht. Bist du bin lad, ey. Oh, Poppy hat jetzt Charger als erstes geskillt, deswegen ist sie so defensiv. Du kannst mich inspirieren. Mach nur Last-Extreme. Also, das ist ja schon mal hin. Nichts. Das ist ja schon. Du musst alle unsere Wahl machen. Nice, minions tu- Komm mal. Ich werde nicht in der Mitte 1. Ich werde nicht in der Mitte 1. Ich werde nicht in der Mitte 1. All in. Was? Erlise ist bitte Nice Erlise gibt den Unwrapped, die hat er noch nicht gehört Hat jemand Erlise gesehen? Nein Wieso chasen die nicht? Spät, trete ich zu leise? Ich meinte gerade, er liegt vor der Mitte, die hatte noch kein Red Duck, die ist jetzt dorthin gelaufen Wahrscheinlich hat er Waren wir gerade sich wahrscheinlich auch nicht aktiviert Ich kann mal den Jack machen, aber er hilft mir nicht, die sollen das nicht wissen Blitz ist hier, Blitz ist hier Mhm Alter Alter, da gehen die Pinks raus Erlise Mitte Gucken wir, ob der mich interrotten wollen Ob er hat keinen Flash, ich hab's so gewusst 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 Ach so dumm Oh Mann Jetzt fick ich's Ah ok Der Blond ist wieder da. Der Blond ist wieder da. Der Blond hat keine Ulti. Der Blond hat keine Ulti. Der Blond ist wieder da. Der Blond ist wieder da. Was ist der Weg? wo ist denn die wo ist denn die wo ist denn die oh jetzt der bitch oh nein was was wo ist die Kulisse oh 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 bitte mehr auf den Sack alter dieser djinn man oh neuer man gefunden gar nicht meine ultis die ganze zeit verfehler kriegt mich übel auf he won't think weil ich lasse mich auf trollen weil der läuft dann immer links rechts links rechts und dann weiß ich nicht wohin weil die ulti ist eigentlich gar nicht so breit wie man denkt mein spirit ist ein unquenchable find in der Mitte ja ja das ist wirklich gut we have learned as much as we have suffered poppy hat sich noch ein pink halloi er ist ja stehen geblieben weil er knock up wollte mein spirit is an unquenchable fight er wird viel roam weil er 5er boots hat er wird viel roam weil er 5er boots hat we must all make our choices we must all make our choices crit crit wer will den crit na kommt ein crit alle 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 so alle aber alle machen berlin alle mal 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 Bitte wieder unter Leo sein Könntest du hier eigentlich nicht dieses Glutsteiner, ich hab keine Ahnung wie das auf Englisch heißt Eigentlich müsste es stärker sein als die Ah nein sie ist zu schnell, scheiße Ah ich bin so bad manchmal Hoppy hat keinen Flash Gumbot kommen Ja Warte 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 Komme all in Ich hab ihn getroffen, oder? Ich hab ihn getroffen, oder? Ich hab keine Potsdamen, oder? Krass, Schlinge. Wer macht das doch? Hoppy hat keinen TP und keinen Dagger. Ja, geh doch. Ich hab auch gern. Geh doch. Hopps, miss. Die LeBlanc hat keinen Flash, ne? Ich hab meine, äh, Fail-Ulti wieder ready. Hoppy ist in der Mitte. Ich hab keine Ahnung, wie es ist. Ich hab keine Ahnung, wie es ist. Mitte. Oh. Hi. Lol. Lol. Da wollt's zu viel. Der Bot spielt immer noch. Äh, LeBlanc hat keine Ulti, aber es hat eh keiner Prinzess. Dann krieg ich den Top-Tower jetzt. Dann krieg ich den Top-Tower jetzt. Dann krieg ich den Top-Tower. Irgendwann. Hey. Ja, ich hab noch einer, als ich ihn geworfen. Ja, mach den Drag. Denkst du schon auf den Rand gelaufen, Alter. Haben sie sich damit reingegrippt? Ja, ja. Ich hab ja gewusst, dass der einen Tribush geworfen hat. Der ist übel low, der Blitzcrank. Mach den weg, schnell. Nein, es geht dazu. Ich hab das Janga. Das geht. Oh, lol. Ach, natürlich, Alter. Exhaust. Nein. Machst du Charme? Hm. Ich hab was cool da noch dran. Ich schaute da einfach weg, ihr Mist. Ja, Poppy hat halt keinen TP. Oh, LeBlanc. Weg, 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 weg. Geht da einfach weg. Loll. Wo warst du auf einmal? Ich glaub mir, Top-Tower geht down. Obwohl, ne, ich glaub nicht. Aber doch. Mal schauen, ob ich Angst machen kann. Beides. We have learned as much as we have suffered. Never fall to me. Wart war das boosted. Ah, das hat keiner gesehen. Okay. Oh, je blu, no? Okay. Okay. Ich bin aber auch ziemlich low. Okay. Ich bin aber auch ziemlich low. Okay. Loll. Oh, lol. Die Ulti. What the fuck? Das war Blythe, man. Oh, ich klopfe mir gerade selber auf die Schulter. Alter, war das brutal. Oh, nein. Alter, der Lucian kloppt mich, wenn ich keine vier Schüsse mehr habe. Das ist echt kacke. Ich finde, meine vier Schüsse ist echt nerfig. Wir haben schon gerade erst getübt. Ja, der Lenny ist mal da. Ich hab immer geblendet, ja. Ah, Blitz ist auch da. Da, Blitz, bitte. Der trifft zwar nichts, aber er ist hier. Warte auf, er trifft schon. Bei mich hat er nicht getrunken. Können ich schon wieder in den Boot fahren? Glaub ich auch. Oh, da kommt die Elis. Oh, da kommt die Elis. Great escape. Beginnt. Ah. Was, 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 was? Wo, 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 wo? Das ist los. Oh, ich hab ich geklappt, also ich hab weg. Oh, der ist weg. Oh, der ist weg, der ist weg. Oh, der ist weg. Oh, der ist weg weg. Oh, der ist weg. Oh, der ist weg. Oh, bord. Oh, schätze dich gefreut. Oh, bord ab. Ich finde er noch weg. Lauf hier lang, noch hier lang, noch hier lang Oh die sind schön main Junge Ähm, Poppy hat keinen Flash Okay Ich hab gar nicht übelst in Flasen rausgehauen, what the fuck Was ist denn los mit mir? Verstehe ich das nicht Den ist einfach ein sehr geiler Champ, mit dem kannst du so viel machen Vor allem Schaden Ja, das was der in Schaden zu macht, macht keine Ahnung Aber grad mit Lucien, komm den hab ich echt gut outplayed, oder? Jo Ja, hab ich auch gedacht Wobei ich eigentlich auch damit gerechnet hätte, dass er dir sogar instant in den Busch hinterherdäschte Hättest du dir das gemacht, dann hätte ich wahrscheinlich sogar verloren Ja Weil ich hatte nur noch mein Crit und ich weiß nicht ob mein Crit ausgereicht hätte, um den zu töten, weil da hat ja noch 500 Leben Ja doch, das hätte glaube ich gereicht, aber ich weiß nicht ob der Outreach in der Elke noch rausgekommen wäre Ähm, Blitz könnte runter Er ist hier Vorne Witz, Poppy, was hast du denn jetzt gedacht? Als ob du Damage am Tower machst What the fuck? Die hat Hunger Die hat Hunger Geht unten schon wieder Oh Gott Poppy hat keinen TP Oh, irgendwer wär mir grade top Ja, liegt Ja, liegt Geplant ist nicht Aua, Aua, Aua Guck mal wer keinen Mana hat Guck mal wer keinen Mana hat Ich hab gleich Ulti, sein ist der Blue schon tot, wenn ich treffe Ich hab gleich gut Ich hab' den Rap-Buff Ja, ich hab' den Rap-Buff Ja, ich hab' den Trass Jedes Also, du musst dich wieder aufbauen Ich hab' den Rap-Buff Oh, bitte sag' mir, du machst den Rap-Buff Elise Nein, die hat ihn ja schon Oh, fuck Aber Elise ist zurückgegangen, könnte zu euch Botlane kommen oder so, ich weiß es nicht. Oh, meine Ulti. Ja, meine Ulti ist jetzt Stufe 2. Hast du es jetzt geschafft? Deswegen hast du gar nicht so ein hohes Level. Exhaust ist weg, mein Freund. Jetzt brauchst du dich um. Trust me. Alter, was ist denn los mit mir? Ich habe ein SS bekommen. Keine Ahnung wie, aber ich habe einen gekriegt. Dann fängt ihn auf jeden Fall. So, ich bin jetzt weg. Vielleicht wieder da. Was? Jetzt? Jo. 2 Minuten, wenn überhaupt. Vielleicht wieder. Gut. Ah, Hilfe! Da, ich bin da, ich bin da. Ich habe einen Schrank. Ich habe einen Schrank. Ich habe einen Schrank. Ich würde ihn gerne tilten, aber ich glaube nicht, dass ich es kann. Die Leblanc enttötet mich sofort, wenn ich dann in die Nähe gehe. Irgendwas Heals gar nicht heißt. Ich glaube, dass ich die Leblanc instant zerstören kann, aber ich bin mir nicht sicher. Da ist eine Elise. Ja, ich bin da. Ich habe Kios raus. Wenn sie raus ist, kann ich sie bumsen. Ach so, da ist der Tower noch. Ja. Ach, natürlich. Alter, du kannst die Klammer nicht, wie es vor dir steht, ne? Nein. 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 Die Ultime Piping? Nee. Ich war gestunnt vorher und gesilenced. Ich habe ungefähr fünfmal draufgepresst. Ah, scheiße. Egal. Ich muss es irgendwann mal ausmachen, dass der Spell so lange gedrückt wird, bis er irgendetwas anderes drückt. Dann wird die Filter alles passen. Da wurde gerade gewordert. Ich glaube, dass das eine ganz schlechte Idee ist. Oh, ich glaube, dass das eine ganz schlechte Idee ist. Ja. Ja, ich bin schlüpig, aber gerade wieder fliegt. Ah, ich bin schlüpig, aber gerade wieder fliegt. Warum? Ich bin schlüpig, aber gerade wieder fliegt. Die Rapportdokumelle warst mich, dass ich schon einmal zuerst verletzt bin. 2 2 3 2 3 4 4 4 4 6 5 6 Ja, es dauert aber noch, bis ich wieder lebe. Noch 5 Sekunden, dann gehts ab. Ab zur Top-Lane. Mit dem Pflanzen solltest du das Easy-Wave clearen können. Wir gehen um PPC. Aber ich kann dafür nicht benutzen. Ich glaube, dafür bin ich zu langsam Ich habe zwei Schritte gesehen und habe eine andere zwischen ihnen gemacht Rampage, we must all make up choice Ich hätte alles geburnt Ich hab los irgendwo, ja, pass auf Never fear change Irgendwo hier ist Leblanc, ist die Sache? Ach, die Sache Vielleicht kommt der Lucian nochmal Der war bei RFF Ja, der war hier As Ionia changes So must I Hey, Ocean Wir bauen der ganzen Sache hier wohl nicht Kann ich gar nicht nachvollziehen Ja, die spielen wahrscheinlich jetzt super safe, weil die halt so krass hinterherhängt Ja, der war hier Nice Glittert kein Exhaust mehr Oh läuft! Oh läuft! Unlucky! Ich hasse dich! Drauf! Drauf die! Drauf! Chess die! 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 Oh der Luce macht irgendwas Ja ein bisschen Er kann nichts mehr im Jungle Oh! Unauffällig Backpaw Ah, wo kommen wir fahren? Oh nein! Wo kamen die denn noch einmal her? Ich wollte doch nur nach Hause telefonieren Ich muss eigentlich aufpassen, ne? Die drei Damage, jeder von denen haben auch alle drei Kills, ne? So ein Scheiß-Trick Nur die zwei Tanks halt nicht So ein Scheiß-Trick Ich hätte in die andere Richtung rennen sollen, aber da wäre es doch gewesen Ah, kacke, kacke, kacke Hätte ich nicht machen sollen Ja, 5v5 Teamfight müssten wir gewinnen, wir haben einen deutlich stärkeren Feet als die Ja, ich brauche gerade Pop hier und, äh, Release ziemlich an den Damage, obwohl ich mal geultet habe Oh, ne? Flasht sogar noch zu der Bopper Ah, gerade durch den hat geflasht Mit Hauer, mit Hauer, mit Hauer Mit Hauer Mit Hauer Wir brauchen den da Ich bin auch schon wieder hier Mag sie nicht Ja, wir können sogar Oh! 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 Nice, ich hatte ein Double Was? Oh lol Oh! Also gar nicht an seiner Stelle jetzten Ne Also theoretisch sollte ich so langsam ein bisschen was Defensives anschaffen, aber... Ja, mach das, ich hau eigentlich genug Schaden für uns. D11-3 D11-3 Satz auf, Copykrams. D11-4 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 D11-5 D11-4 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 D11-5 D12-2 D11-2 Das können wir finishen, das können wir finishen, oder? Aber jetzt! Oh, nice, 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 nice Ich dachte mir eigentlich einfach sterben was Aber das Exhaust hat's ein bisschen schwerer gemacht, als das hätte sein müssen Die Beine gerade Freudentränen 33 Punkte, alter Schwede Die kriegen ja übel viele Punkte Naja, wenn die das andere noch berechnen, müssten wir eigentlich schon fast Goldpreis sein Dier sein oder sowas Vielleicht schon Dier Habt ihr auch 33 LP bekommen? Ja Ja Vor allen Dingen 9, 1, 7 Guck mal, ich stehe 5, 3 und hab trotzdem ein S Ey, ich stehe 12, 3, Mann! Ich krieg... Ich krieg verschissenes A plus, what the fuck